Jetzt ist es wieder richtig Nein, nein, nein Ich find' so schade, dass wir da grad ja keinen Sound aufnehmen können Das wär so lustig geworden Natürlich wär das lustig geworden So, wo geht's jetzt rein? Ich kann mich da aus Verrecken und das muss da runter Irgendwo haben wir doch ne Spille Ich kann mich da aus Verrecken nicht mehr dran erinnern Ganz ehrlich Weißt du, dass irgendwann mal gebaut hast Ich hab mir das letzte Video angeguckt Und ich weiß auch den Rest noch, weil als letztes hab' ich auch gespielt Also wir haben noch nicht alle Videos hochgedacht Ja, ja, nee, ich meine auch, als letztes hab' ich auch gespielt Deswegen sind wir ja auch im Haus da, dass ich gebaut hab' gespawnt Ich kann mich da heute nicht mehr dran erinnern, dass du das da gebaut hast Glaub mir jetzt so Ich bin der Spille neu Das ist total komisch Wir sind bei Amnesia Jetzt hab' ich grade noch Gefühl Ich hab' nichts verloren AX Ich hab' noch mal Grunde genommen Ich bin der Spinn Ja, du bist in Richtung Richtung Ich bin der Spinn Ich bin der Spinn Ich bin der Spinn Ich bin der Spinn ich kann nicht ganz verkehrt sein ich will mal erst mal nur eine einzige sondern 1 1 dem freileben lässt ja ja du kommst ja nicht durch andere Richtung Eisen ich hab das Eisen gehört, deswegen hab ich gesagt andere Richtung obwohl wenn dann auf einer Seite direkt ein Vermittnis steht dann trifft ich auch die 1x1 den durch hast du schon ab? ja also ich schon also auch früheren Versionsbearbeit denken wir es da halt natürlich immer auch so aber das wirklich funktioniert ich glaube die Ebene stimmt noch nicht ganz es müsste über uns sein yo Schubdi Dupdi 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 Dup Schubdi Dupdi Dupdi Dup Carl so schön cool aus mit diesen Eisenhosen, die sind auch eine Eisenstefe die muss mir auch nicht erzählen die muss ja auch Hem fasten ja er doch recht da war er auch so lustig danach war es mir doch auch so dass wir so lustig das hätte ich mal mitbekommen müssen das war so geil ob das geil war weiß ich nicht lustig einfach lustig was haben wir denn hier Piep on the Beach man darf ja nicht sagen dieses Wort in einem Spiel für 0-jährige und so ein Wort das hier steht es wird es anfängt und mit Ex auf wird Tennis bis L bis zu etwas geben naja Piep on the Beach Piep on the Beach ein noch da haben wir beide gleich viel naja was zur Partei Krupp Jürgen war das Spiel an der Partei 10 Krupp dort muss links und höher also würde ich jetzt schützen Krupp oder die Vorgang schlägt und so richtig aber kurz um ich bin mir immer ganz klar zum mitzuhören was kann sein sein wo auch wo gut kommen Kripp das Wort da ist nur die Säge jetzt Prozent K woher ja das ist er unten definitiv so wie kommt man da jetzt runter jetzt sind wieder ich halte Post-Port auch so ich würde sagen die Gruppe haben die immer stufen und erbauen die Leitungen die hochwitzelstunden ein bieterlicher jetzt würden Bogen so weiterhelfen und es ist Schäfer vor mit Kreditsmuster Fockett Braco die Klöber aber auch kürzende Eidio in den oder ein Läscher zum Kreis du kannst hier Prozent aber wohl das auch die Unterredner lassen ja auch Quatsch so wirklich wo ist zu K K K K h er kommt gleich von der drüben entgegen dass ich mal schon nicht Witzel Kälfte die Zulüste hier ist Zubnabler auf die Unternehmenserschein oder nicht die Strecke oder die Bumbo-Party ist das was das nennt man gern wenn die Gälder Gälder bei Gruppe und den Weg weil die explodieren naja gegen den weil er hat wenn ja noch alles probieren denn dann macht sich um es dann gelten wo da da in die Galle es ist die die Gäste er liegt schön was für Bogen wo es so ist dass man theoretisch auch mit einer Angelmonster töten kann es geht Gold unser erstes Gold 2 Gold das hast du geraucht gibt man nur mit Eisen ja nur mit Eisen Scheiße das war von oben Eisen holen gleich ja unser Eisen Dings ist voll es ist irgendwie doof weil es sind immer nur so kleine Ruinen würde ich sagen er will die du jetzt ist so dumm der Toros Ruhl Prozent Ruhl ja und die Ruhl auf Ruhlen ich bitte für Tomb Raider aber reicht doch die Höhle oder nicht das ist er sehr nachher auf jeden Fall Lüse und die Ente das war ich wollte sagen die Verraten was wir machen Prozent Prozent das war nicht geschützt Gold das werden wir eh nur benutzen für die wenn man eine Minecraft bauen die mit Beschleunigung geht ja da braucht man Gold für weil sonst ist Gold eigentlich zu nix nütze ja weil Goldrüstung so ne Kacke ist lächerlich wow noch ne Höhle irgendwo das ist doch aber unentdeckte Höhle nur ne nur unentdeckte ja ich guck da mal hier aber Liga haare das hat jemand durchschütteln muss das noch ein bisschen sag ich schon mal ist cool was das aber im Panzer das ist so zusammen für Wasser ja hey unglaublich das hätte ich jetzt auch gehört wenn ich denke mal wenn ich alles wird sagen wir mal so um um weil es halt zwar nicht mal sterben ja gut dann wird nicht verschwinden dass das sicher am anhelden schon den erbrust wird den großen größten das haben wir das nehmen doch brust wird das nicht noch mal den brust jetzt Prozent außerhalb oben mitte also außer oben in der Mitte Prozent alle voll guter Punkt ja dann haben wir einen kompletten Eisenpanzer das ist toll und ich bin gleich voll er ist es nur bei uns aktiviert werden soll ein Eisenschwert haben wir auch das hat Stil für nur Bogen ja auch nicht so aber wir wollen wir wollen die Märchen Spitzhacken nur noch das war da unten das ist die Eisenzeit wir schreiten aus Eisenfurt m der Steinsalz und Eisenzeit wobei der Steinszeit hr herrscht Einigkeit ja und Freiheit Einigkeit und Recht und naja egal das Bilde ich für ein Nazi tschüss 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 was er die nicht aufheben tschüss es ist zu spät wäre es weil er hat mit Zeichen vor nein n da und nicht da er hat vor Ort wird er die kommt m ich bin wohl nicht m zum Wasser ab und die das ist irgendwie über die jürgen katholik bis links sein katholik über die platzischen katholik die auch warum auch nicht katholik hilden wird wenn es wasser ankommen ist das dritte die katholik manche mann übernehmen tun ja so ist immer noch ab Nee, das sollst du gar nicht ab. Da ist ein kleiner Luftspalternfall. In dem Tunnel kann er uns verspornen. Nicht mehr. Na gut, aber er hätte gekonnt. Das nennt man nur Aufzug. In der Steinzeit herrscht Einigkeit und Recht und Freiheit. Das würde ja heißen, dass wir in der Steinzeit üben. Nehme er die Fackel weg. Das ist sehr spannend. Wahrscheinlich kommt es irgendwo aus dem Berg oder so groß. Ach ja, jetzt haben wir zwei verschiedene Aussagen. Erst meinte ich, ich wollte zum Schnee hin und dann wollte ich jetzt zu dem... Äh, den Dungeon erforschen. Vielleicht gibt es ja in dem Schnee den Dungeon. Das wäre das Geizte. In den Spielen? Nein, in dem Schnee. Da oben in den Bergen. Ach so, weil Dungeon gibt es ja wirklich. Ja, natürlich. Hamburg Dungeon, weißt ja. Warst du schon mal drin? Nein. Ich auch nicht. Ne, leider nicht. Ich würde so gerne mal rein. Mal lieber was machen hier. Man weiß ja nicht. In der Steinzeit herrscht Einigkeit. Jetzt hab ich nur rum. Jau, warum auch nicht? Schwimme eher nach oben. Du musst ja gegen den Strom schwimmen. Hm. Dies ist ein wenig blöd. Äh. Wow. Lup. Ah, ja. Hä? So, was hat das wir im Bränken nicht? Im Schatten ist das wir immer noch nicht. Was da eigentlich daraus? Was warst du daraus? Ja, das ist fertig. Ach so. Geh kappen. Geh kappen. Geh kappen. Geh kappen. Und drauf deinen Bogen. Die können auch den Bogen drohen. Die können auch den Bogen drohen. Die können auch den Bogen drohen. Können sie? Ja. Glauben ja. Eine niedliche Spinni. Die würde ich aufsammeln, weil sie spinnen. Die bringen richtig was. Die können sie für Tränke nehmen. Hm. Und die Tränke ist richtig stark teilweise. Obwohl es gibt auch Tränke, die dir selber schaden. Zum Beispiel Tränke. Gar nicht mal, sondern Tränke ist vor dem Schadensstufe 2. Der zieht dir sechs Herzen ab. Level 1. Man sieht es als Grüne 1. Und die steht halt rum. Wir haben ein Ziel, äh, abgesprochen, dass wir mindestens Level Max sein wollen. Ja, haben wir nicht, aber stimme ich zu. Weil es kann immer irgendwas geben, das ein bestimmtes Level erfordert, ne? Dann haben wir das gleich. Ja, ich will unbedingt mein Spielsystem sehen. Das ist ja dann... Hm, ich überlege gerade, was für...